Das ist langweilig. Hey Kinder, kommt mal her, ich habe euch was gebaut. Ein Möbelstück, was individuell angepasst ist auf die Bedürfnisse, in diesem Fall für Erzieher, somit dass die Arbeit erleichtert wird und rückenschonend ist. Mein Name ist Gerrit Grapp aus Gremstein, bin gelernter Tischler und seit 2008 selbstständig. Ich bin gerne der Ansprechpartner, damit auch Sie was zu lachen haben. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan.